Aber eigentlich rosten damit eigentlich nicht. Das ist schon richtig. Sven, wir gehen mal zu Kai, ja? Vielen Dank. Ja, das ist gut. Seine Zeit im Ziel 9,439 Wir treten an auf der rechten Bahn, ca. 1100 PS Der Honda Civic, 500 Kilo schwer, 500 PS stark Front angetrieben und der Typhoon natürlich mit Allrad Der Honda Civic, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer Der Honda Civic, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer Der Honda Civic, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer, 500 Kilo schwer